Er greift nicht an. Kann ich angreifen? Mit zwei. Ja, da war hier... Dahinter hat er normale Wachstube... Äh, Bachacke. Da hat er alles Wachstube. Das heißt, er kann mit drei Angreife immer. Äh, hat immer drei Leute zur Verfügung. Und das hab ich nicht. Das Katapult muss jetzt am schnellsten fertig sein. Da könnte ich nochmal zur Unterstützung was bauen. An Stein mangelt's mir auf jeden Fall nicht. Ich bin dran. Ich bin dran. Damals ist ja, wir haben hier ein bisschen zu tun. Äh, ich bin dran. Drei. Ich bin dran. Äh, ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. So, jetzt zerstrecke ich mich von meinem eigenen Kuli, Kugelschreiber, da kommt keine Minze mehr rein. Hier die Getreidefelder sind halt auch schwierig. Da kommt keine mehr rein. Das lassen wir jetzt da laufen. So, schau weiter. Er ist katapultisch fertig, er greift nicht an. Es kann sein, dass er jetzt sogar seine Ressource verloren hat. Dass er jetzt nichts mehr hat. Die Mindestproduktion war mal sehr hoch. Ich habe da zwei Gebäude nicht. Der Rode weitet sein Land immer weiter aus. Gelb hatte immer noch weiterhin Münze. Das ist nicht gut. Achso, das ist schon fertig. Aber er hat jetzt nicht mehr angegriffen seitdem. Hatapult passt. Da kommt keine mehr rein. Da laufen sie, die Neuen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Jetzt geht das Flöte und jetzt geht eigentlich das da hier Flöte. Oh, meine Maus spinnt wieder. Jetzt könnte der Durchbruch sein. Ah, er setzt auf. Er rüstet auf komplett. Er hat aufgerüstet. Jetzt müsste ich hier Katapulte hinsetzen, zwei Stück. Hier eins und hier eins. Und die müsse dann da das kaputt machen. Das vielleicht, wenn es hinkommt. Und die zwei. Und so kann ich mich dann vorarbeiten. Da er jetzt gegen neun gleichzeitig antreten muss, denke ich mal weniger, dass er angreift. Und so ist für mich... Ach, der kommt immer weiter mit Generäle. Kann auch mit zehn Stück angreifen. Hier mit neun. Hier mit acht. Also die Katapulte müsse fertig gebaut werden, damit das da... Okay. Hier könnte ich noch ne Festung hinsetzen. Mach ich aber nicht. Hier könnte ich nen Bauernhof hinsetzen. Lass die Felder endlich mal weggehen. Was aber jetzt interessant wird. Greift er an? Oder macht er nichts? Er greift an. Mit einem. Drei. 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 Drei gegen neun. Hm. Kann aber durch die Fäschung jetzt schön... Drei. 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 Das ist jetzt keiner. Jawohl. Gar keinen. Da die Drei sich jetzt erholen können... was ziemlich gut ist kommen die katapulte besser in schwung das mache ich da weg mache ich hierhin das mache ich dann hierhin bei der weg eigentlich direkter jetzt wird es mich dann interessiere ob er weiter macht weiter angreift oder ob es sein lässt für das erste also bald die katapulte fertig sind hat das sowieso weniger chance der nähe von der landesgrenze ok da kommen keine minzen mehr rein wo kommen wir die jetzt her naja ich weiß dass ich angegriffen werde er muss gewinnen dass er den dann besiegen kann oder es muss einfach beide gewinnen er hat zweimal angegriffen verdammt aber wenn ich das dann nicht habe habe ich hier oh danke das heißt er kann angreifen aber hat keine soldaten mehr so wie das aussieht wie er schicken kann auch die zwei erschrecke mich schon wieder war eigentlich gerade auf dem weg das ganze da anzuschauen wo gehst du müssen sehen nachüber perfekt dann machen wir einmal kurz hier wieder hin er greift nicht an ich nehme jetzt auch die ressource ausgegangen wenn ja perfekt wo geht die münze jetzt hin hier rein oder hier rein drüber habe ich noch hier jawohl ein katapultisch fertig es geht voran ich habe ehrlich stark gezweifelt ob ich das schaffe wenn ich dann hier weiter ausbauen kann blöde maus dann kann ich auch hier die ganze baunhöfe setze hat hier auch keine ressource mehr keine bergwerke nix nur wasser und getreide und es ist alles voll da kommen keine münze mehr rein äh ach so der geht da hin so first shot geht nach oben okay wir sind nicht da rüber die zwei soll ich noch ein drittes hinbauen ein viertes ja vielleicht ein bisschen übertrieben aber ich kann jetzt hier endlich mal holzfäller hinsetzen oh dann machen wir ein bisschen weiter hoch da hin äh da weg fällt mir nicht machen wir den da hin dass das holz auch wegkommt wo ist der stein hingegangen nirgends komm schon bringt mir steine da 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 nein ist nämlich wieder eine münze unterwegs da kommt keiner mehr rein also es funktioniert bis jetzt was aber der stein nicht so nach hinten durchgebracht wird und um der nächste stein wird gebracht oder nö oh daneben also die katapulte haben jetzt alle hände voll zu tun da unten bin ich auch abgesichert da kann niemanden reinhole machen wir da einen Spähturm ich weiß jetzt zwar nicht ob das tor hier ist in dem bereich oder hier oben ich war mir überlege ob ich da vielleicht jetzt noch einen Spähturm hinsetze aber wird ein bisschen komisch dann bleibe ich lieber erstmal bei dem Spähturm da unten da ist eine drin Mr. Dr. Vene sollten Sie gerade zuschauen habe ich die Mitteilung dafür dass ich heute abend bei Phasmophobia dabei sein kann so ein Holzfäller da ein Holzfäller da oben wo ist der nächste Holzfäller habe ich ja noch genug die sind alle fertig das ist schön da kommt noch eine Münze rein die läuft gerade hier sehr schön die ist schon mal weg damit verliert er weiterhin Militärmacht da sind immer noch die zwei Tierchen die drei brauchen noch Münze ich habe kein Gold mehr dort da habe ich kein Gold mehr da habe ich noch 19 geht also jetzt in der Endspurt wobei hier mache ich einen Spähturm hin dass ich weiß was da oben ist dann kommt hier ein Bauernhof hin nachdem der Spähturm weg ist gleiches Spiel darunter auch Bauernhof wobei die Bauernhöfe brauche ich ja nicht wobei die aber dort trotzdem wirklich sehr sinnvoll sind für hier das da weg machen der verliert maßig Militärmacht jetzt und die Holzfäller mache ihren Job und dann muss ich da das kann sogar da unten hinschießen perfekt da könnte ich angreifen da bin ich im Vorteil was sage die hier kann ich da hinsetze das kann ich dann da drüber setze der setze ich da drüber ein Stein mehr wo kommt der Stein ach da oh der Weg ist ein bisschen weit was ist denn da passiert da staut da staut es gerade Moment du kommst schon mal weg ach wege den da hey kann aber nicht sein das hat es da nicht gestört verdammt er greift wieder an mit zwei ok dann kann der Spähturm wieder weg wir sollen noch wenigstens die Munition verschießen bevor ich das da weg machen muss dankeschön oh nein jetzt gehen die sogar weg tschüss Katapult war schön mit dir oh der hat ein Gebäude verloren sogar zwei bin ich mal gespannt bin ich mal gespannt dieses Katapult schießt es nochmal schießt es da runter theoretisch von der Reichweite her das hat ja von hier darüber geschossen nein reicht nicht ganz wird nicht reichen das reicht also nicht ok dann machen wir das da weg das machen wir auch weg dann machen wir hier an der Festung hin aha die Münze funktioniere wieder ja lassen wir so rum wenn der hier oben fertig ist kommt dann hier ein Bauernhof hin der muss nur das da weg machen wenn das weg ist kann ich da ein Katapult wieso habe ich das Katapult niedergebrannt ja auch blöd habe ich überhaupt noch äh da zwei Bauer perfekt der sei schon fertig Moment Moment ok da oben ist nichts dann kann der wieder weg das machen wir mal so das bleibt auf jeden Fall dann hier ein Katapult dann verfolgen wir den Hase der da irgendwo der hier rumhüpft dann machen wir das so sollte funktionieren da oben mache ich nur ne ne das bleibt was mich jetzt aber ein bisschen stutzig macht die ähm Moment der hat hier viel zum Jagen machen wir dann Jagdhaus hin sehr schön Dingo der kann jetzt gleich weg nur noch das da das ganze dann hier oben auch denke ich mal Dankeschön ein bisschen koschenloses Getreide sehr schön ähm perfekt dann kriege beide der Minzverbot man sollte eigentlich alle Baracke ohne äh ohne die kleine dabei sein jetzt sehen von den kleinen noch wird eng wie sieht's da unten aus baut er wieder was der baut wieder das hat er schon äh fertig gebaut da kommt nix da baut er grad okay das da ist fertig machen wir hier äh den Bauernhof hin kann der nämlich sich um die drei kümmern da war noch ein Bauernhof gestanden der hätte sich um die drei kümmern können da war ein Bauernhof der hätte sich da auch rum kümmern können auf jeden Fall das Jagdhaus hat jetzt hier die drei wenn die Festung fertig ist passt's auch hier kann ich hier kann ich nicht hier könnte ich eine Festung hinsetzen hier nicht dann hier wieder war interessant dass die zwei nicht wollen den Holzfäller hier hin es wird auf jeden Fall nicht dahin schießen können überhaupt auch nicht aber das wird ein bisschen dann für mich in Anspruch kommen soll ich da ne hm ich könnte mit einem damit zwei angreifen jetzt geht's einfach nur noch darum wo ist dieses blöde Tor die zwei Brunnen sind fast synchron oder die sind synchron sogar oder will da was bauen er kann aber nichts bauen weil alles blockiert wird hier wird da wird blockiert da da unten hier wird komplett blockiert er kann Sache bringen wie er will dann muss dahinter angreifen hier mit fünf hier mit sechs hier sechs stück hier sieben hier sechs wenn der fertig ist sollte jetzt eigentlich gleich fertig sein oder hüpft da noch was rum er hat die reichweite nicht das da hätte vielleicht ne hätte auch nicht die reichweite also die festung wenn das zum katapult gemacht wäre hätte es vielleicht gerade noch hier hinschießen können ganz aber nicht so ah stimmt ich kann hier eine fischerhütte setzen danke schön danke für die idee hatte ich nicht hier schon eine fischerhütte machen wir hier hin da bin ich zu lang hier hier hatte ich eine fischerhütte das weiß ich du du machst das schaf da weg war er jetzt da oben da hüpft noch was wenn wenn die zwei fertig sind da unter ich mein holz hier wieder hab jetzt ist da noch ein schaf wo kommt das auf einmal her habe ich da noch einen jäger für jäger zwei stück ja und der rennt da hoch klop klop Da, wo der dann fertig macht, ist wird's schön. Und die Festung ist fast fertig. Das gefällt mir schon ziemlich gut. Wo bist du als erstes hin? Da kann er nix mehr machen. Der Jäger war jetzt da drüben irgendwo. Da ist er noch ein Hirsch. Da kann ich auch nix mehr machen. Da geht er da hoch. An das hier, okay. Was aber ziemlich interessant ist, dass da bisher nichts gewesen ist bezüglich, jetzt kommen da noch Münze. Münze wieder weg. Danke. So, dann kommt hier wieder ein Katapult hin. Das machen wir gleich. Das heißt, der ist da weg, der ist da weg, der ist da weg. Nein, jetzt war ich zu langsam. Na, jetzt macht er da Obo. Aber der ist da muss weg. Dann passt das wieder. Auf the welcheft. Bis hin. This hat es da. Michaels ist da weg. Bis zum nächsten Mal. doing business. Au temb Bind i du